Ja, und damit einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, hier bei einer wunderschönen Kasse Kaffee. Ihr Lieben, lasst uns mal bitte ein bisschen quatschen über eine Sache. Ich würde da sehr gerne mal euer Gedankengut testen und auch mal abfragen in den Kommentaren. Ihr seht es schon, was da steht und ich habe da echt ein Problem mit. Ich habe mich zu sowas zwar noch nie geäußert, auch zu dem Verfahren, so wirklich, habe ich nur einen Short mal gemacht, glaube ich. Und dann war die Sache für mich durch, weil ich eigentlich damals dachte, Mensch, wenn ein Mensch nicht weiß, was er da gesagt hat und von wem das Zitat stammt, wie wird es ihn verurteilen, wenn er es nicht weiß? Also, das Gericht müsste einen eigentlich mehr oder weniger beweisen, dass man es nicht wusste. Aber wenn man es nicht wusste, will ein Gericht quasi einen das beweisen, dass man es wusste, obwohl man es nicht wusste? Ihr seht schon, selbst die Verwirrung ist verwirrt bei so viel Blödsinn. Hinterher wurde Herr Höcke trotzdem verurteilt. Tja, gut. Jetzt wissen wir auf jeden Fall alle, dass man es nicht sagen darf. Auf jeden Fall nicht bei einer politischen Rede oder, ne. An sich ist, glaube ich, dieses Alles für Deutschland nicht verboten. Es kommt, glaube ich, immer darauf an, in welchem Zusammenhang. So habe ich das jetzt, glaube ich, verstanden. Wie dem auch sei. Ihr seht, auf was ich jetzt hier los will. Und zwar, hier steht es eigentlich schon, wo ich ein großes Problem mit habe. Und ich möchte euch einfach mal auch sagen, warum, ne. Krasse Wende bei AfD-Chefin. Höcke einst wie Hitler. Oh, jetzt der ideale Mann. Und alleine dieser Satz. Der würde mich, wenn ich Björn Höcke wäre, so zur Weißgut bringen. Weil, ihr müsst euch einfach mal reinziehen. Und ich habe mir den ganzen Kram angeguckt. Jede einzelne Doku, die es darüber gab, ne. Es gibt auch viele verschiedene Meinungen darüber. Auch zu den Todesfällen, etc. Wie auch immer. Lassen wir das. Ist ein anderes Thema. Aber wenn man mal überlegt, was dieser Mann als Führer der deutschen Nation damals für Elend und Leid über dieses Land gebracht hat. Und den zu vergleichen mit einem Björn Höcke. Ich habe da ein echtes Problem mit. Ich muss das ganz ehrlich so sagen, ne. Ich muss das ganz ehrlich so sagen. Ich finde das eine absolute Frechheit. Wenn man vom Verfassungsschutz aus jetzt den Björn als Nazi bezeichnen darf und das machen möchte, dann bitte macht das. Aber ihn jetzt hier gleichzustellen mit Hitler. Ich weiß gar nicht, wie hat das mal angefangen und wo wird das jemals enden. Diese Hetze, die es im Netz gibt und auch in den öffentlichen Medien, wo Leute einfach da sitzen und sich rausnehmen, andere Leute zu beschimpfen. Ihr wisst es selber. Die Wähler hier als Nazis zu beschimpfen und als Ratten und was wir nicht alle schon gehört haben. Wenn ein Markus Söder hingeht und uns als Parasiten bezeichnet, wenn ein Steinmeier, AfD-Wähler, als Ratten bezeichnet, wenn die FDP-Tante mit den vier Namen uns als braune Scheiße bezeichnet, ich zitiere sie nur, mir würde sowas nie einfallen und euch als Schmeiß schliegen, dann ist das nichts anderes als die Sprache der Nazis. Aber ich denke mal, selbst der Björn, ich denke, der hat ein dickes Fell, der kann da sehr gut mit umgehen und weiß das auch einzuordnen. Aber hier steht, die AfD geht als klarer Wahlsieger aus der Thüringen-Wahljahr vor. Alles Weidel schwärmt von Höcke. Dabei wollte sie sie einst vom Hof jagen. Wollen wir mal bei den ganzen anderen politischen Parteien anfangen? Wer wo wem schon mal vom Hof jagen wollte? Wer schreibt hier gerade ein Buch mit Stücke schon durch Absurdistan? Liebe SPD? Sowas wird natürlich nicht relativiert irgendwie oder hier groß angehangen. Immer auf die AfD drauf, aber Leute, ihr habt es immer noch nicht begriffen. Ihr habt es immer noch nicht begriffen, dass ihr mit eurer Hetzkampagne die Wähler direkt zu der AfD treibt. Ihr macht das jetzt schon über Jahre und ihr seht doch, dass ihr damit keinen Erfolg habt. Ihr heizt die Stimmung immer mehr an und nicht nur das. Ihr boykottiert die AfD, obwohl die Wähler in Thüringen und Sachsen das wollen, boykottiert ihr diese Partei und wollt jetzt zwei andere Parteien hinzuschieben, die die Bevölkerung nicht möchte. Wie soll die nächste Wahl in Brandenburg aussehen? 50, 60 Prozent AfD? Wie es Thilo Kruppaller sagte, macht einfach so weiter. Das ist gesichert und demokratisch. Wenn man hier die AfD in Thüringen noch dazu als wirklich stärkste Kraft ausschließen möchte, wenn man die Wähler ausschließen möchte, ignorieren möchte, ich kann ja nur sagen, wenn man das so weitermachen will, auch von ihrerseits von den Medien, dann machen sie genau so weiter. Dann wird sich in zwei, drei Jahren aber ein anderes Bild zeigen. Dann werden wir wirklich von absoluten Mehrheiten sprechen. Pass auf, die Landtagswahl in Thüringen entpuppt sich für die AfD als voller Erfolg die 30 Prozent. Scheimauer wurde durchbrochen, auch dank der Lassenzflair. Fairpolitik aus Berlin. Parteichefin Weidel feiert Spitzenkandidat Höcke für den Erfolg ab, obwohl sie ihn vor nicht allzu langer Zeit eigentlich noch aus der Partei werfen wollte. Prozentpunkte könnten blind machen. Ein Kommentar. So, passt auf. Die Frau Weidel schrieb nämlich hier, nur mit der AfD wird es eine Migrationswende und echte politische Veränderung geben. Und die wird nicht nur mit einer absoluten Mehrheit für die AfD, achso, die wird nur mit der absoluten Mehrheit der AfD möglich sein. Ihr wisst ganz genau, was sie hinaus spielt. War vor 23 Minuten. Sie hat, also ich denke mal, die ganze AfD hat keinen Bock mehr auf diese Brandmauer, dieses Geschwafel. Und wenn die anderen Parteien mit ihr nicht zusammenarbeiten möchte, mit der AfD, dann muss das gute Volk, oh, jetzt habe ich wieder was gesagt, Herr Habeck, Sie haben es ja gesagt, es gibt kein Volk. Ist ein Nazi-Begriff. Es gibt kein Volk und es gibt deswegen auch kein Verrat am Volk. Die Wähler, da müssen die Wähler halt das so machen, dass es halt eine absolute Mehrheit für die AfD gibt und sie gar keine Koalition mehr eingeben muss. Und ganz ehrlich, so unrealistisch ist das gar nicht. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Ihr könnt, wie gesagt, ihr könnt mir da ja gerne mal eure Meinung reinschreiben. Am meisten würde mich das Thema das hier interessieren, wie ihr das findet. Weil ich habe da ein echtes Problem. Ich meine, man kann mit seinen Sprüchen, man kann mit dies und das und jenes, kann man gerne in Kritik gehen. Aber ich finde, Leute, das geht mir ein bisschen zu weit. Vor allen Dingen ein bisschen. Mir geht das millionenfach zu weit, um es mal so auszudrücken. Also die Mehrheit für die AfD möglich sein. Ich denke mal, dass da die Brandenburg-Wahl angesprochen wird. Und das haben die Wahlen in Thüringen und Sachsen auch gezeigt. Also sie spricht da schon das Thema an. Wir können uns erst mal kurz hereinziehen. Geht 28 Sekunden. Hat sie auf X gepostet. Und um es hier ganz klar und deutlich zu sagen, die Migrationswende, eine echte Asylwende, wird es nur mit der AfD, wird es nur mit uns geben, mit allen anderen Parteien nicht. Der politische Wille fehlt. Und darum werden wir nicht nur zur Brandenburg-Wahl, sondern auch zur Bundestagswahl, werden wir auf die absolute Mehrheit gehen. Denn nur mit allen Stimmen auf die AfD, für die AfD, wird es eine echte politische Veränderung geben. Für jeden, der Politik sehr akribisch verfolgt, so wie ich das tue, der müsste doch eigentlich gesehen haben. Und auch alle anderen kleinen Parteien jetzt. Man muss doch wirklich kleine Parteien wählen. Guckt euch FDP an. Aber SPD, ich meine Herr Kühnert, lenkt jetzt auch nur so ganz schwammig ein. Die Grünen, ich habe da schon Sachen gelesen, die sträumen sich natürlich wieder dagegen, aber gegen was sträumen die sich nicht? Ich meine, die sträumen sich ja gegen alles. Aber die CDU, die fällt da wirklich sehr, sehr, sehr krass ins Boot. Schaut euch das einfach an, wie akribisch die da auf diese Sache draufgehen. Und jetzt mal wirklich, Butter bei der Fische, so wie ich es immer sage. Die CDU, die AfD, das Wahlprogramm hat sich zwar hier und da mal ein bisschen verändert seit 2015, aber die haben immer ihr gleiches Programm gehabt. Und die haben schon immer dieses Thema als ihr, also zu ihren eigenen gemacht. Ich verstehe auch dieses Kommentar von Herrn Lanz nicht. Sie haben doch kein Patent für ein Programm. Oder für, äh, für irgendein Wahlprogramm, whatever was. Doch, ich meine, schaut euch das doch einfach an. Stellt euch die CDU vor, wenn die nicht so akribisch jetzt da hingegangen wäre in den Landtagswahlen Sachsen und Thüringen. Und mit der, äh, Brandmauer gegen rechts, aber jetzt dann doch nicht gegen links. Das wird der CDU genauso die Stimmkosten. Genauso wie es BSW, äh, die Stimmkosten wird. Ich glaube nicht, dass die zur Brandenburg-Wahl, dass die da wirklich noch eine große Rolle spielen wird. Wer lässt sich denn so verarschen? Ich meine, man hätte es vorher wissen können, wir haben es alle gesagt. Trojanisches Pferd, ne? Aber wie gesagt, schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ich würde es sehr gerne mal wissen. Ne? Das Video geht heute vor allen Dingen auch mal ein bisschen länger. Eigentlich mache ich keine so langen Videos, aber mir ist es halt einfach mal wichtig, euch auch mal zu erklären, wie ich über die Sache denke. Gerade über dieses Schmitzblatt hier. Muss man einfach so bezeichnen, weil das einfach für mich zu krass ist. Einfach, mir ist das einfach millionenfach, geht das für mich an die Realität vorbei hier. Fakt. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten, ihr Lieben. Ich bin ein bisschen verschnuppt. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Tschüssi und bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Liken, abonnieren und kommentieren. Tschüss.